Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu dem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind hier in Kujas Behausung und wir sind alle gefangen genommen worden. Aber, ja, er hat uns gedroht, unsere Freunde umzubringen, wenn wir ihm nicht einen kleinen Gefallen erweisen. Tja, dann werden wir uns mal anhören, was dieser Vollidiot zu sagen hat, oder? Hier treibt ihr euch alles rum. Stell dich zwischen ihnen in die Mitte. Für ein längeres Leben. Hm, schicke Bude eigentlich irgendwie, ne? Oh, sei willkommen in meinem bescheidenen Heim. Spar dir die Leier. Was willst du? Du scheinst aber gar nicht in guter Stimmung zu sein. Gut, dann höre. Du sollst mir aus einem bestimmten Ort einen bestimmten Gegenstand sagen. Was soll der Schwachsinn? Geht das Ganze vielleicht auch ein klein wenig genauer? Du solltest aufpassen, wie du mit mir sprichst. Du wirst doch nicht vergessen haben, dass ich die zarten Leben deiner Freunde in meiner Hand halte. Dreckverdammte. Du sollst an einen Ort namens Eulbert gehen. Ich hab immer Eulbert gelesen. Wo Eulbert, äh, ich denk mal, ne? Wo Eulbert? Ich hab's immer so gewesen. Ist immer verkehrt wahrscheinlich. Und der ist wo? Eulbert befindet sich auf dem vergessenen Kontinent südlich der Sasa-Schlucht. Sasa-Schlucht erscheint so. Ich bin für diesen Ort sozusagen nicht geschaffen. Was soll das wieder heißen? Dieser Ort scheint von einem antimagischen Feld, Kraftfeld sogar, umgeben zu sein. Da ich deswegen dort keine Magie wirken kann, habe ich mir gedacht, ich lass dich dumm Kopf die Arbeit machen. Und ich möchte, dass du mir von dort den Urug-Stein mittelst. Hört sich doch alles ganz einfach an, oder? Ich werde dir ausnahmsweise meinen Luxus-Kreuzer leiden. Drei von deinen Freunden werde ich erlauben, dich zu begleiten. Schließlich gefällt es den wenigsten, gegen sich selbst zu kämpfen, nicht wahr? Hm? Was meinte ich jetzt schon wieder? Schon. Und? Hast du deine Wahl getroffen? Ja. Ich werde auf jeden Fall Quina als Heiler mitnehmen. Dann... Steiner. Keine Frage. Da wir keine Magie nutzen können, müssen wir da echt aufpassen. Und, ähm... Mago. Jo. So machen wir das. Steiner, Quina und Mago. Dann sollen die sich und zu uns gesellen. Steiner. 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 Was? Oh. Hm? Was ist hier mit mir? Was ist hier mit mir? Quina. Wo? Lecker Essen? Endlich gibt's was zu tun. Diese drei sollen heraustreten. Kann's ja losgehen. Geh zu dem Platz, wo sich die zwei Wege kreuzen. Oh, welch freudiges Wiedersehen. Ich bin sichtlich gerührt. Los, stell dich auf die Plattform da. Du wirst dein Versprechen halten. Aber sicher doch. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Solange du tust, was ich von dir verlange. Bagger. Hahaha. Was seid ihr doch alle für nahe. Hoffentlich hat das nicht geschminkert. Was? Sag bloß, das ist... Boshiviki, die Hildegard 1, ne? Die Hildegard 1! Jöööö, die ist ja echt hübsch. Oh. Kämpfen, kämpfen, wir müssen jetzt kämpfen. Lass, lass, die Gegner hauen wir aus. Maul, Maul, Maul. Maul, Maul, Maul. Boah, die schauen ja krass aus. Ich werde, ich wiederhole mich. Ich bin ein Kasskalender. Ja, auch ein Schritt. Batsch. Ein Stich in die Arzt mit dem Messerchen. Ein Stich, ein Stich mit dem Messerchen. La, la, mit dem Messerchen. Auf die Gospalanda. Schade, der ist jetzt so abgerippelt. Äh, nichts so gut eigentlich, weil er wollte ich so verspeisen. Ja, dann, das ist halt jetzt so ein Stich, ne? Ja, ja, das ist es wichtig. Ja, das ist es wichtig. Ja, das ist ein Stich. Bravo, maul, maul. Da, das ist es wichtig. So ist es wichtig. Ich habe ein Hypo-Schnau bekommen. Sehr gut. Dieser Kuh hier nervt. Er nervt, weil er eine Drecksau ist. Servus. Mir wurde gesagt, ich soll hier keinen durchlassen So ein Dreck Das sind keine guten Aussichten, oder? Aber das Schiff fährt auch Ja, eigentlich schon, sagt man das nicht dazu In dem Fall, das Schiff fährt von alleine Wir brauchen nichts tun Lol, wie auf dem Frachtschiff, ne? Damals Richtung Windblum Hey, glaubt ihr wirklich, Kuja hält fort? Tja, das ist die Frage, ne? Hey, glaubt ihr wirklich, Kuja hält fort? Hey, sag doch was Die Fragerei kannst du dir sparen, sag ich Außerdem, außer oft unsere Befehle reagieren die auf nichts, sag ich Boah, ihr, ihr zwei verdammten Dreckigen Kaum ist Bratet und schon tanzte nach Kurias Pfeife? Der glaubt wohl, sich alles herausnehmen zu können, sag ich Außerdem weiß er gar nicht, was er damit antworten will, sag ich So, und überhaupt solltest du dich weniger aufnüpfig zeigen, zirkisch Sonst können wir nicht für das Leben deiner Freunde garantieren, sag ich Ihr miesen Kleinen Dieser Schwarzmagier sind ohnehin nichts weiter als schlichte Werkzeuge geschaffen, um im Krieg zu kämpfen, sag ich Diese schwarzen Tenöre, die als eine Art Spezialwaffe geschaffen wurden, hatten jedoch ein ausgeprägtes Ich, sag ich Vor allem der Letzte Naja, die Kreaturen hier aber sind kaum zu etwas anderem fähig, als blind ihren Befehlen zu gehorchen, sag ich Außerdem würden sie nur mit einer begrenzten Lebensspanne versehen, sodass sie einfach aufhören zu funktionieren, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, sag ich Außer für den Einsatz im Krieg sind sie für nichts zu gebrauchen, sag ich Und trotzdem, obwohl sie nur einfache Werkzeuge sind, scheinen sie irgendwie am Leben zu hängen, sag ich Wie amüsant Letzten Endes ist ein Werkzeug aber doch nichts weiter als ein Werkzeug, sag ich Nichts Nicht, dass man von euch beiden groß was anderes behaupten könnte Was, was war das gerade, frag ich Diese Feichheit, das ist unentschuldbar, sag ich Ihr behauptet Ihr behauptet zwar, die Schwarzmarke hätten keine Seele Aber so etwas wie eine Knall eigene Persönlichkeit kann ich bei euch beiden auch nicht gerade erkennen Na, ist doch so, oder? Deine Dreistigkeit, werden wir schon bald vergehen, sag ich Das, das, das wirst du, das wirst du bereuen Aufs Äußerste bereuen, sag ich Ja Wie auch immer Bevor wir landen, haue ich mich nochmal aufs Ohr Und immer schön vorsichtig fliegen, alles klar Hm Boah Die zwei, die zwei Hampelmänner, unglaublich Ja Dieser Rotzenböngel, dieser Alländige Wenn er doch nur vom Schiff fallen würde Aber meister Kui, er hat ja gesagt, wir brauchen ihn noch Er kann doch nicht sterben So ein Dreck Ich würde ihn am liebsten schon tot sehen Ja, mir geht's genau so, Zorn Aber was sollen wir denn machen Ja, Zorn, du hast recht Pech gehabt, nicht wahr Ja, so schaut's aus Da unten ist ein Moorast, hab ich gerade gesehen Moor, da sollten wir kurz vorbeischauen Ja Das werden wir auch machen Vielleicht gibt's ja wieder lecker, köstliche Fröschis Für unseren Quina Quina, Quina, Quina Gut, dass ich ihn mitgenommen hab Und Kacang Bau, Bau, Bau Bau, Bau, Bau Eine blöde Frage Warum sind die beiden immer noch da? Ist jedes Mal ein anderer Moorast? Moorast 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 Boah, da sind Frösche Boah, da sind Frösche Boah, da sind Frösche Das ist noch ein paar Frösche fallen, manf Schon wieder Gut, aber beeil dich Boah, da sind Frösche 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 Den ersten haben wir schon Es ist ein Männchen, Männchen Und keinst gehört an mir Halt Ein Noch ein Männchen Oh Ich sehe Du bist 20 Quina Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen Hier, das häng ich dir an Oh Eine Bistro Gabel Boah Haupt Dank, Meister Quellmanns Ich werde nicht aufgehen, bevor ich eine Geheimnisse entdeckt heimern Boah Boah A Bistro Gabel Halt Nein, ich habe das Frösche nicht bekommen Ich habe es nicht bekommen Ein Weibchen, Weibchen, Weibchen Das ist auch eins Ein Weibchen, ein Weibchen, Weibchen Lade da Lade da Lade da Nein, du rufst dich weg Scheiß Kackfee Äh, Fisch sage ich nach Frösche Kackfrosch Kackfrosch Ah, du bist gut Jawohl Boah, ein Weibchen Ein Weibchen Ein Weibchen Uh Uh Nein Halt Ja Hey Ein Weibchen Vielleicht kriege ich dich auch Nö Da 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 Jawohl Ein Weibchen Weibchen Du komm, komm her, du Bitte, bitte Ärger mich nicht so Bum 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 Hehehe Juhu Ein Weibchen gefangen Wir haben alle, wir haben alle, wir haben alle, wir haben alle Boah Und Hush Und Quina, bist du bedient? Boah, danke für deine, bis wir hier sind, aber, nein, leicht zu fangen, glaub's Ja, bin fertig, Mann Mhm Und die Bistrogabel hab ich auch bekommen Seht ihr vor, die Bistrogabel? Den wär ich gleich ansehen, die Bistrogabel, johu Und nochmal Vollmond Puh Ich glaub, der lernt nur Vollmond von den Waffen Hab ich alles vergessen, ich bin halt auch schon alt Juhu, die Bistrogabel Und die Bistrogabel Und die Bistrogabel Da kann ich wieder zwei Sachen lesen Hehehe Ich hab's vielleicht ein bisschen drauf Wirklich wahr Hehehe Meister Quell hat auch immer gesagt Und wenn du meine Bistrogabel hast, dann bist du auf dem besten Weg zum Gästen und die heimischen des Essens zu ergründen möchte Bistrogabel Ähm Ähm Was? Das ist ekelhaft Das ist doch gar nicht, das ist nicht ekelhaft Das ist voll lecker Ich hör auch nicht, dass wir die Kulinaritze Na ja, kein Pazzer Salz Mhm Komm ich ja da wieder raus, bitte Ich hab keine Ahnung Ich bin einfach irgendwo hingelaufen Aha, okay Mhm Na gut, dann gehen wir wieder Ich wollte nur mal ein bisschen umschauen Und hier wird's jetzt wieder Also hier kann's gefährlich werden Denn ab hier Können Kakteen uns besuchen Also einen davon haben wir schon mal gesehen Aber hier können gleich vier sein Und die sind heftig Und die sind heftig Oh, das Schiff Schiff oder Haus? Haus Schiff Ich hab ein wahnsinniges Fischerhaus Geh Ba 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 Der kann mich ja fest Okay, kein Zahnstocher. Oder Spar- oder Pressplatten. Pressplatten, verstehst du? So, okay, der war schlecht. Sehr schlecht. Alter, sogar über den Bodenpistern. Da sind wir Blümchen drin. Aber demgegen muss noch was geraucht haben, oder? Das ist mein Zahnstocher. Du musst das besser, der sagt, ich kann das nicht mehr zu fangen. Jetzt war es heilig. Nichts gut. Nichts gut. Ja, das kommt davon, wenn ich kein Zahnstocher habe. Oh, wo ist das denn hin? Schade. Schlecht. Die haben wir jetzt nicht gerendet. Ja, wup, 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 wup. Ich glaube, Steiner was? Hat Leben abgereicht. Und ein Hausmann. Ich habe die Hausmann-Karte bekommen. Hausmann. Ja, Hausmann. Ist so. Wir beleben dich wieder, mein Freund. Und ein bisschen High Motion. So, dass dich das freut. Moment mal. Können wir noch Ability-Ups man was lernen? Also anlegen. Wilhelm Tell. Trefferquote von physischen Angriffen steigt. Flieg, 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 ein Monster. Immensen Schaden zu. Und tot. Bei Flucht. Na, Wille fliegen. Autopochen. Überfallen. Das kann man wieder reintun, glaube ich. Mit einem Klauen Schaden zu fügen. Das, glaube ich, wäre nicht so verkehrt. Entschuldigung. Queen allein. Kannst du irgendwas? Bunkerherz. Das redet unbedingt. Ähm. Der Herr Steiner. Der hat ja echt viel. Der kennt ja echt schon mal was. Der Moneter. Ich habe echt vergessen, welche Elemente dort herrschen. Frost und Blut. Schlaf ist weg. Wind ist weg. Das ist Gottes Speise. Die tun wir auf jeden Fall mal rein. Bam. 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 Warte. Nein. Anlegen. Bitte schmeißen. So. Na? Was tust du denn? Hallo? So. Jetzt passt er. So verdrücken. Bam. 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 So. So. Und das ist jetzt eine Art Labyrinth. Jo. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab sogar zum Teil vergessen, wo wir da hin müssen. Ich glaub das ging da lang. So viele Tiki Taki. Hoi hoi hoi. Ist auf die Art. Ausmöglichen wir hier auf der Weltkarte. Das heißt wir können unbegrenzt auf unseren Mogri zugreifen. Und ja. So. 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 Okay. Setze Steiner. Schüss. Ah, äh, stopp. So, jetzt wenigstens fehler zuerst. Jo. Der erste ist einfach gut. Auch das ist nicht viel zu viel. Also draußen, klar, das ist echt heftig. Ja, und das ist auch nicht schön zu fehlen. Du greifst Buh an, du bist scheuer, oder was? Zitane. Fusch am Baum. Fusch im Kampf. Das ist weg. Ramen. Oh, ne tollen Wagen. Taktor erscheint. Zack. Natürlich ist es jetzt heilen. Ich wieder. Und das macht wohl. Und hoffentlich macht der, ja, das wollte ich ganz sagen, die Attacke auf jeden Fall anders. China muss das Wort heiligen. Der Klima ist weg. So, ab geht's ja aus. So, Glück muss es haben. Ich muss nur warten auf den Gegner. So, kurz warten. Okay, das ist nicht schön. Alles aufheben. Mit Gebrüchen. Passt. Bischössfried. Sehr fein. Juhu. Hap. Buss. C. Buh. 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 Superkarte, Halbursche, Fönixfeder und ein bisschen gilt. Super. Äh, Ankleider, der gute Mahago, bekommt was Neues, wenn's läuft, wenn's plant, der Aquamarine ist fertig. Der Saphir, Saphir gleich? Ability Ab, Labislavri. Hä? Was? Ich hab nichts gesagt. Ah, dann hat jemand anderes angekleidert, ne, dumm, äh, deshalb, ach so. Das ergibt schon wieder Sinn. Äh, na, falsch. Ich wollte hier bei Quina vorbeischauen. Anlegen, haut in Lukas, weiß was, erteilt Zustandswändlerungen, falls die Waffe solche Eigenschaften trägt. Können wir eigentlich auch mal probieren, vielleicht klappt's ja. Ich glaub nicht, oder doch, warte, ich könnte mal auch nachschauen, ne. Hat diese Waffe sowas? Tatsächlich, beliebte Gabel, unterkennend, erteilt Zustandswändlerung Schlaf. Yes, das ist gut. Wie schaut's dann bei den anderen Herrschaften aus? Hat sie da nicht sowas auch? Die Seele eines Engels lebt in dieser Waffe, erteilt Zustandswändlerung von Fuß. Weißt was, das wär aber echt nicht schlecht. Das kann man sie da nicht auch anlegen. Ability ab. Anlegen. Was hatte ich abgegeben? Diebstahl macht Damage, ne. Das ist aber weg. Und stattdessen, wo war es denn? Haut in Lukas. Das bist du, ne? Ja. Passt. Dann müssen wir das, ich will das gern bei den anderen nachschauen. Und so ein Depp. Was kann dein Korallenschwert? Aus Korallen geschliffenes Schwert. Trägt Angriffselement Donner in sich. Aha, da wird wahrscheinlich Donnerattacken verstärkt. Der hat somit nix. Und der gute Mahagon, der wird sicher Gift können. Eine professionelle Kampfklaue, äh, Kralle, entschuldigung. Dein Zustandswänderung Gift. Ja, ja. Das wär für dich auch ganz klass, Ability abzumachen. Äh, anlegen. Entschuldigung, das kommt weg. Was könnten wir dir denn weggeben? Gift und Galle war was? Verhindert Gift und Toxidus. Thermometer war was? Verhindert Frost und Blut. Können wir das eventuell mal machen. Und statt, ja, Ability ab natürlich. Die Götter, Speise, Weiß, Stein und Gips. Gift und Binance. Den Konter, hauen wir mal den Konter weg. Tun wir dafür den Hau, den Lukas. Thermometer, wo haben wir den wieder rein? Dann noch drei. Gelb und Leben. Auto-Potion will ich nicht. Aber sonst gibt's brauchbares. Was ist Linder? Regneriert die HP des Zielobjekts. Was ist das jetzt meine gemeint? Ich bin tot, die Menschen schauen zu. Dämonen. Ich glaub, ich tue's mal mit Dämonen. Ich glaub, da kommen bald welche. Gott sei Dank, jetzt läuft's, jetzt läuft's. Warte, wo muss ich denn hin? Pff, ha, bitte jetzt mal richtig. Ich glaub. Huch. Oh, was spisch denn du? Ein was? Cat-Ble-Bus. 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 Hält nicht viel aus, muss ich mir gleich merken. Statt Queen vielleicht Margon abgreifen. Oh. Ja, schon gut, schon gut. Wuh, wuh, wuh. Ich zieh da ein Level abbereichen. Was erlernt, tut Margon? Mar-ha-gon. Mar-ha-gon hat ebenfalls was erlernt. Kann ich schon wieder ankleiden? Das ist ja nicht wahr, oder? Ein Fleckring braucht immer noch. Gut. Der Herr Mar-ha-gon. Was hast du jetzt gelernt, Schnuck, E-Bus. Scheint nichts Gescheites. Nein. Halt, da ist noch was. Pestizid. Kommt, da ist auch bald fertig, oder geht noch einiges, okay? Kralle geht nichts zu weit, ne? Na, Spasch, da ist auch gleich fertig, aber... Fisch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich würde den Blau noch geben. Oh, shit. Das wäre echt klasse, wenn die auftauchen, die sie auch so erscheinen würde. Jetzt habe ich das mit Hauszadenkacki. Okay, was war das jetzt gerade? Was war das jetzt gerade? Mann, das ist mein Mann. Wenn du hier weißt, solltest du eine Ab сказала, scholarly- Ja. Oh ja, ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg und weg und weg. Ich bin immer weg und weg. Wir werden weg und weg. Ich bin wieder weg. Und, Quina, schristen wir weg. Warum? Wie viel heilst du eigentlich? Ja, super. Hat er denn jetzt gefressen? Hat er sich gehauen? Schürt, rammt er auch mal. Du Sau. Es. Schwing. Alles weg. Schwing. Der Leute lebt doch. 100 oder 1. Ähm, warte kurz. Und uns bitte den guten Termin wieder befehlen. Nur den Schen macht keinen Platz. Das hier. beim nachdenken ich habe noch 50.000 föttingsferder kaufen sollte naja er fehlt gut ja blaue 1000 stapeln das können wir jetzt auch okay ihr habt einen gefressen das ist gut zu wissen quira kann 1000 stapeln das ist gar nicht schlecht imels von der wien ja ich mag diese und dann bleibt er stehen kaktus saubere arbeit ja einmal für steiner einmal für quina level ab erreicht und hat eine neue fähigkeit zählt 4 wie viel gill du spinnst ja gut das war lukrativ dann wir gehen speichern und beenden den heutigen part zählten vielleicht auch gleich weißt du was zählten wir doch gleich oder scheiß doch da oben drauf haben wir ja gerade eins bekommen super und speichern das ist ja echt gut gegangen muss man gleich schauen das ist echt schön so so ich würde sagen daher so passt na gut ihr Lieben das war's dann wieder für heute ich bedanke ich bedanke mich wieder von ganzem herzen fürs zuhören fürs zuschauen wünsche euch einen schönen tag einen schönen abend je nachdem wann das video schaut und wir hören uns beim nächsten mal tschüssi tschüssi